Kaum ein anderes Land ist so fußballaffin wie Deutschland. Ob es sich dabei um Profi- oder Amateurfußball handelt, spielt für Fans überhaupt keine Rolle. Ein vollautomatisiertes System bringt die Spiele direkt zum Fan, auf sein Handy, aufs Tablet oder auf seinen Computer. Das Prinzip ist denkbar einfach. Die Kamera wird am Flutlichtmast befestigt und jetzt benötigt sie nur noch den am Mast vorhandenen Strom und einen Internetzugang. Entweder über Kabel oder noch einfacher via Mobilfunk. Von nun an verfügt der Verein und damit auch seine Fans über zahlreiche Features. Soccerwatch TV bietet über den Livestream der Spiele hinaus nicht nur ein komplettes Archiv aller Spiele an, es zeigt außerdem alle aktuellen Höhepunkte der Liga sowie ein Highlight-Cut des gewünschten Spiels. Problemlos ist auch eine Verlinkung zu anderen Social-Media-Plattformen möglich, was zu einer bisher nie möglich gewesenen Verbreitung führt.